...Akup Pitol, 6-jährige Oldenburger Dunkelbraunengst, auf Akup Pitol aus einer Mutter von St. Carlos. Besitzer Jens Albers Reiterfeind Sögel. Voll motivieren, wo ich gerade lade. Ich kann doch noch nachschauen, oder? Kann ich hier nicht vergehen? Nein, hier bleiben beide. Nein, da! ...Hier bleiben. ...Maschen in Deutschland. Das war ein das ist. ...Aber Wolfgang. ...Aber Wolfgang. ...Aber Wolfgang. ...Istens. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 7,1 die Wertnote ZDF, 2020